solle leute weiter geht's heute mit dem bus simulator diese zweite mit dem bus simulator auch wir haben schon fast auf stufe 2 sich gerade das geht jetzt vielleicht kann man es doch hin so heute müssen wir noch ein bus kaufen mal wieder weil ich brauche für die rote 23 9 den bus den ich hier gerade weggezogen habe hatte ich ja für pokunia jetzt brauche und umso häufiger jemand wird diese strecke fährt das wird jetzt mit pc erstmal übernehmen jetzt mal wieder ein seetra kaufen würde ich sagen jetzt wieder zurück der rote 44 waren ich brauche die 23 ja noch ein ich muss jetzt ich hoffe ich muss jetzt nicht jeden bus mit der mit werbung verziehen so du wirst jetzt platz jetzt oder mit so der seetra geht es auf die 23 aber du hast ja zum vollzeitbus auf der rote 44 sind zitaro sehr gut ja das kann jetzt passieren dass wir jetzt jede folge wird es ist 1 bis 2 1 bis 2 busse kaufen müssen aber halt diese strecke voll zu generieren so heute geht es weiter mit dem aufbau von petunia nicht petunia wir sind ja nicht bei harry potter sondern bei petunia aus der stadtteil dauert jetzt ein moment bis hier der ladebildschirm ist so da ist ja mal jahre schon leuten drin was ist hier los läuft noch großer schärfer wieder mal ein steuer aber das ist wahrscheinlich gute die am tag er hat das zu generieren aber ist nicht schlimm ich brauche jetzt nach und nach wieder die kompletten runden auf damit wir eventuell bald mal alles abgearbeitet haben uns fehlt noch circa 20 busse also verspricht 2 2 millionen die wir einnehmen müssen um halt einander zu generieren also wie gesagt aufbauen 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 jetzt heißt es damit jetzt heißt es erst mal sogar zwei millionen brauchen wir noch da haben wir hätten wir einmal alles abgearbeitet und wirklich ich muss jetzt ein bisschen gucken zugleich ist die gleichen fehler wie soll wie sonst noch sondern außen umfragen ok wird jetzt hier rechts auch schon zichtbar vorgekommen so zu den letzten gucke ich dann hier nicht die gegend das ist ja schon dass er vorne gewesen ja dann haben wir dann auch wieder auch was war ich dafür scheiße aber ich an der gültige fahrgarten ich sehe dass wir gerade ein bisschen nach dass ich jetzt gerade ein bisschen missbauer was fahr ich denn für den scheiß hier zusammen wir fahrten doch mal so also zurück zu 1 jetzt ist richtig wir sind hier falsch abgewogen genau wir sind sogar pünktlich es ist hier reise so herr die rote ich noch viel lernen muss so ist das jetzt richtig oder ist das jetzt falsch ist das jetzt die tage oder ist das richtig so ja ich hasse solche leute so also noch mal so es ist jetzt hier des pins alles klar alles klar Ich habe natürlich jetzt den Elektrobus geklaut. Ich sage ja, ich finde es ein bisschen schwer, über diese ganze Mission, diese Strecken aufzubauen. Ich kann auch wissen, ich kann eigentlich auch umplanen. So, noch mal gleich auf. Ich stehe auf, ich habe keinen Bock mehr. Nein, alles gut. Also, Fahrgarten, welche Fahrkarte hat er? Sehr gut. Guck nach und wenn nächst, dann kauf eine. Einfache Fahrgarten. So. So. Oh, Alter, macht das Gejaule aus. Dankeschön. Ich meine Musik ist aber eine Geschmackssache. Wenn ich heute Abend im Lotto gewinne, kauf ich mir eine wunderschöne Villa in Lakeside View. Also, der Mercedes-Ausplan. E-Zitaro einplanen. D-Zitaro ausplanen. D-Zitaro ausplanen. D-Zitaro ist auf der Rute. Mein Gott, ey. So, da fährt er in Zitaro jetzt auf dieser Route hin. Wo sind wir jetzt da? So, die Frage ist... Hallo? Doch, genau. Das war nämlich der Fehler. Jetzt muss ich hier nämlich gerade aus und einfach rum. Ja, das ist es. D-Zitaro. 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 Das ist dieissäleIN, die Sie jetzt immer vier hier! So. Das ist hier ein Wahlschaustür. Da Among sala. Da kann man nämlich nicht rückwärts durch. Das haben wir nämlich eben schon angerechnet bekommen. Und zwar nicht sheden, sondern der letzten Folge. ich bin vor ein paar jahren auf den berg ja natürlich normale einfache meine tochter erzählt mit mir wieder von gut alle leute raus alle drei nächste haltestelle so jetzt fahren wir das ganze ding noch mal weil wir hier nämlich rechts raus müssen da ist nämlich die nächste einstelle die erste stücke weiter ja alles klar diese mich hier ich stehe natürlich beschissen und ich bin sogar wieder pünktlich so das kriegen wir hier links ab zur jones street alles klar so und die fünf ja hier ist das egal ist hier ich kriege aber auch mit halte ich zum aufwerten oder und er wintert mir die frisur komplett ruiniert eine fahrkarte bitte ja nur hin bitte okay ich habe diese menschen ja wenn du mein gott die sache die npc ist manchmal echt schlimme ich habe ja kollegen verwertet hat sich auch diese spielspiele genauso bestätigen ich finde das echt schlimm also spiegel linken blick gelegts will raus und der menschliche bauter neben mir nicht so schön die ist hier rechts die halte stelle das fährt jetzt noch die zwei halte stellen hier drei halte stellen sind es doch ich wollte gleich doch der router mit dem bus dass ich die nach und nach aufbauen kann hier ich habe jetzt nicht zahltag kaufe ich noch im bus und baue noch mal eine neue route auf seniore ticket tageskarte ach scheiße zu viel senior ticket einfache fahrgarten das gleiche spiel noch mal 20 zurück schlage kein rollstuhlfahrer kommt davon was das zweiter kopf ist und kann jetzt sein dass es richtig jager gibt wo habe ich den fußgänger erwischt ich war ich bin ran gefahren aber ich bin weit genug weg gewesen ich bin die extra städte bei den ganzen städte stehen geblieben ich habe hier locker noch geschafft aber ich bin zu viel scheiße ich bin zu viel wenn bin ich zu viel eine karte so habe ich da die scheiß fußkacke auch nicht diesmal haben wir das richtig gut geschäft so hat jetzt alle stelle ist die north volson street und dann haben wir es geschafft ich habe noch nie mal einen zahltag gekriegt gerade weil das echt nur das bisschen noch fehlt so habe ich jetzt fahren die strecke mit kann ich jetzt noch nicht aufbauen so sind das die drei so die die Ah, ich kann jetzt wieder wissen, wie so schnell aus geht. Gut. Ja, bitte. Ich muss jetzt mehrere Routen überbauen und pro Strecke, damit ich halt die ausmache. So, gut. Rute 45. Ich gucke, ob ich einen Bus frei kriege. 22, ob ich hier noch einen Bus, der irgendwo frei ist. Ne. Jetzt möchte ich die 23 runter. Hier ist der Ausplan, den Sitra. Es tut mir leid, dass ich euch hier jetzt die Rote wegnehmen muss. Den Sitra plan ich auf der 45 ein. So, hier ist ja der E-Citaro, genau. Sitra. Sitra. Setra, das heißt, wo fehlt jetzt ein Bus auf irgendeiner Route? Hier, der 43. Jetzt wird das Benz. Fährt er jetzt an. Jetzt 43 fährt er zum Bus. Das ist das Problem. Freizeitfahrzeug. Zitaro. Da fährt er. Gut. Den bauen wir jetzt auf auf die 23. So. Das ist jetzt das Schlimmste, damit nur den Chatel auf 4 aufzubauen und den hoch zu pushen. Die fahren wir jetzt noch einmal die Strecke und dann fahren wir. So. Hallo, da ist mit dabei. Okay. Hier ist meine Fahrkarte. Ja. Entschuldigung, die Hauptzeit, ich müsste sie mir in den Fuchs zurückholen. Und du willst jetzt hier raussteigen oder was? Und du willst jetzt hier raussteigen oder was? Ja. So. Klar, nur zu. Dann kann das nicht machen. Lasse Papa mal in den Steuer. Das ist jetzt ein bisschen nervig, wie gesagt. Tut mir leid. Tut mir leid. Leid, dass ich jetzt gerade so ein bisschen schlicht und, dass ich jetzt gerade ja eine schlechte Unterhaltung habe. Aber es ist halt manchmal so, dass wir die Aufgabe lösen müssen. So. Sie. Ich finde es jetzt gerade ein bisschen nervig, weil ich nicht weiterkomme. Hier ist die Haltestelle. Oder? Das ist die 6. Nö, da kann ich weiterfahren. Das ist nämlich hier oben die Haltestelle. Wir fahren nämlich da eine kleine Schleife und dann fahren wir wieder zurück. Oh, jetzt sind viele Leute da. So. Oh, ein Rolli. So. Was kriegen wir denn als... Was kriegen wir denn als... Was kriegen wir denn als... Bei der Fußgänger bin ich sicher, wo ich... Wo ich sehr erwischt haben soll. So. 129.000. Sehr schön. So. Ja. Ach so. Ich sollte den Rollstuhlfahrer mal einsetzen. Die Lämmelstreet ist immer so schmuddelig. Vogelkacke überall. Aber das Beste wird bei der Stadt um Spaß zu hören. So. So. Das sind die Einfache Frakante. Jetzt ist diese Meldung nicht weg. okay aber es kann sein anderer bus gewahr die zielte folge ist zu vergessen das rüber lag ist jetzt die schule die gt kann man So, nächste halte Stelle ist hier rechts, hier kann ich anfahren, genau, wir müssen wieder außen rum. So. Moin! So. es gibt glaube ich so eigentlich keine rote die hier einfach die richtig rum geht selber nicht verbindet die jetzt so rum aber naja ist nicht schlimm nicht wieder auspacken nö so steht der dicke Tageskarte wenn du da halbwegs wegnehmen würdest wegnehmen würdest dann könnte ich auch sehen was ich ausdrücken soll ich brauche eine fahrkarte äh normale fahrkarte in wochenkarte eine fahrkarte bitte seniore ticket einfache gut zur nächsten so kurz bricht aber die andere rote davor startete so und natürlich zu nah auf die rote ja und die nächste halbe stelle jetzt ein stück weiter so hier war das gas ein bisschen wieder weg da ich bitte eine fahrkarte hast du schon gehört ich bin so viel nicht zu spät hat er jetzt pech gehabt jetzt mich hier vorne deswegen ich habe es jetzt konnte ignoriert so eine fahrtarte bitte ich habe schon eine fahrkarte bitte ich mache mir vor jetzt mal mein gott geht es erstmal von dieser scheiß die leiten weg ist schon gut besucht die strecke hier muss ich sagen bäcker park noch ein tütz wo ich hier nicht auf arnold park rausfahren weil die paar meter die jetzt zu der haltschule können sie auch laufen warum hier bäcker park durch den tütz steht warum die nicht arnold park heißt weiß ich nicht ist mir aber auch jetzt nicht egal wir haben es geschafft ich bin 45 sekund zu spät so hallo aussteigen so ich war da oben als vorteil ist das jetzt zum beispiel da oben schon wieder auf 3 ist also ich glaube die baut sich jetzt kann es ein bisschen selbst auf business center business center business center south powder 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 street powder street business center south north stockton street kann ich jetzt nicht weiter ausbauen pow 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 264 stellen wie geht die los so wir haben rüber zu der nächsten rote ich hoffe dass ich jetzt ohne probleme die halbstelle ansehen kann dass ich ja mal auf der richtigen seite stehe natürlich nicht jetzt die tage und seht die tage das heißt ich drehe jetzt hier und fahre die rote noch mal ab wir sind zu der nächsten folge hin und dann geht es weiter mit der offer wie gut hier